Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media Kanal an. Heute werden wir eine vorige Episode weiterführen. Hier in dieser Ecke findet ihr den Link zu den letzten Episoden der IT Security Videos. Und heute sprechen wir über Handys und wie könnt ihr eure Handys sicher machen. Also, wenn ihr Lust habt, dann bleibt mit mir. Legen wir mal los. Musik Heutzutage hat natürlich jeder in seiner Tasche ein Smartphone. Der Smartphone ist nicht nur deswegen gefährlich, weil er ständig klingelt und uns in den Wahnsinn treibt, sondern auch durch Smartphone öffnen wir eine riesige Sicherheitslücke an der Außenwelt an uns, wo Leute uns schaden können. Der einfachste Weg und eigentlich der beste Weg, euch gegen solche Angriffe zu wehren, wenn ihr eine Nokia 3310 kauft. Das ist der neue Nokia 3310. Das ist ein Dual SIM Telefon, für Telefonat perfekt geeignet und kostet rund 35 Euro. Aber auch wenn ihr so eine einfache, zum Telefonat erdachte Handy nehmt, ihr könnt euch immer noch angreifbar machen, dadurch, dass ihr eure Handynummer an Fremden ausgibt. Ganz wichtig, nie, niemandem eure Handynummer auszugeben. Auch wenn Paypal, auch wenn Ebay, auch wenn Steam eure Handynummer als Bestätigung haben möchte, tut das nicht. Manchmal kriegt man einen Anruf und dann sagt niemand was, aber später kriegt ihr ein SMS oder erst bei der nächsten Rechnung könnt ihr merken, dass ihr mehrere, sogar tausend Euro jemandem schuldet, weil ihr wohl was bestellt habt. Diese Art von Angriff passiert nicht so oft, aber zum Beispiel auf meinem Firmenhandy ist mir selbst schon zweimal passiert, dass ich eine SMS kriege, dass ich irgendwelche Pornoleistungen bestellt habe und ab jetzt monatlich so um die 100 Euro für den Dienstleister bezahlen darf. Dieser Angriff könnt ihr dadurch vorbeugen, wenn ihr eure Handydienstleister, Wodafone, T-Mobil, wie auch immer, anruft und bittet, Das heißt, dass der dritte Anbieter auf eure Telefonnummer ausgeschaltet oder verweigert wird. Das heißt, dass eine dritte Anbieter, solche Firmen, die Geld aus eurer Portemonnaie ziehen wollen, können durch euren Handyvertrag oder Telefonnummer, soll es auch eine aufladbare SIM-Karte sein, das ist eine Prepaid, solche dritte Anbieter dürfen keine Kosten an euch weiterrechnen durch den Telefon. Dadurch würdet ihr auch natürlich nicht mehr in der Lage sein, mit SMS für Parken oder etwas anderes zu bezahlen, aber hey, wollt ihr Sicherheit oder wollt ihr keine? Die nächste Angriffmöglichkeit ist der GPS in eure Handy. Diese Handy hier, der Nokia 3310, der neue, hat keine GPS eingebaut. Aber auch so kann man, wenn man wolle, eure Position festlegen. Darüber können wir eventuell später sprechen, wenn ihr wollt. Schreibt mal einen Kommentar, ob ihr das haben wollt. Aber ein sehr gutes Beispiel. Auf der Google Maps haben wir uns aber zugestimmt, weil ganz ehrlich, der Handy ist in der Tasche. Wenn jemand meine Position wissen will, wird er rausfinden. Er braucht nur eine Software installieren, der heimlich meine Position ständig auf eine Software, für eine Server updatet und dann weiß er doch, wo ich bin. Aber beim Google Maps hast du die Möglichkeit, deinen Standort mit einer dritten Person, so wie ich mit meiner Frau und vice versa oder mit Laszlo Deuker, meinem Freund. Wir sehen ständig, wo wir sind. Ich gehe nur auf Google Maps hoch, klicke auf seinen Namen und ich sehe, wo er gerade ist. Und natürlich, man kann euch auch mit dem Handy abhören. Wie, glaubt ihr nicht? Dann glaubt ihr sicherlich an Galileo vom ProSieben. Die haben einen Test gemacht. Der originale Video findet ihr unter diesem Link hier. Die haben einen geilen Test gemacht. Danach Facebook eine Patent eingereicht hat, um legal Leuten abhören zu dürfen, beziehungsweise den Umfeldgeräusche des Handys, damit die gezielte Werbung für ihre Mitglieder schicken können. Aha, glaubt ihr nicht. In der Test, guckt ihr euch an, haben die zwei Handys genommen, identisch, auf beiden einen identischen Facebook-Account eingestellt. Der eine Handy kam in eine schallgeschützte Hülle und war immer bei unserem Klienten und ein Handy war einfach los in seiner Tasche. Bei dem ersten Tag haben die in dem Fitnesscenter den ganzen Tag darüber gesprungen, dass man ein Hochzeitskleid kaufen sollte und schau her, am nächsten Morgen war seine Facebook bei dem Handy, das sie abhören könnte, voll mit Hochzeitskleidwerbungen. Wobei der andere Handy, der das nicht hören könnte, weil in einer schallgeschützte Hülle war, da waren keine Werbungen dran. Und das haben die auch noch mit Autokauf gemacht und das hat auch geklappt. Die haben den ganzen Tag über Autokauf gesprochen und am nächsten Tag war eine Werbung mit Autokauf auf seine Facebook-Account. Also, Leute, Facebook hört euch ab. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Hier könnt ihr keine Facebook installieren. So, apropos Facebook. In der nächsten Episode werden wir darüber sprechen, wie könnt ihr eure Facebook-Account annähernd sicher machen. Aber das war der Video für heute. Der meine Video über Ordnungswahn, hier der Link schon gesehen hat, der hat sicherlich gemerkt, dass hier gerade keine Ordnung herrscht. Das hat auch einen Grund. Unsere NAS, der Netzwerklaufwerk, hat wieder gestorben. Das heißt, ich habe wieder eine Festplatte, jetzt eine 3 TB große Festplatte, die ich euch zerlegen kann und darüber werden wir auch ein Video in der Zukunft machen. Und hier ist schon im Test der neue Festplatte-Gehäuse. Der hat einen USB-C-Anschluss, also einen USB 3.1-Anschluss, die dann mit einem Sotec-Mini-Computer verbinden werden und unsere eigene neue NAS bauen werden. Das sind hier die alten Einbaurahmen für den alten NAS, der kaputt ging. Ja, und natürlich nicht vergessen, dass wir auch eine Backup im Dropbox haben. Das heißt, wo der NAS gestorben ist, alle meine Dateien waren im Dropbox hinterlegt und aus Dropbox könnte ich die 8 TB Dateien, die verschwunden sind, wieder runterladen. Eigentlich ist nur der letzte zwei Episode darunter geritten, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich die Videos gemacht habe, auf Facebook hochgeladen und dann habe ich den Computer ausgeschaltet. Der Computer hatte keine Zeit, die Dateien zum Dropbox hochzuladen. Bei dem nächsten Mal, wo ich den NAS und den Computer angemacht habe, da waren alle Dateien weg. Wie kann man 8 TB Daten in Dropbox speichern? Ihr könnt euch eine Dropbox Business, also eine gewerbliche Dropbox Account kaufen für um die 65, 70 Euro im Monat oder ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Unsere Patreon Seite findet ihr hier in der Ecke und jeder, der uns diesen Kanal mit 30 Euro im Monat unterstützt, kriegt von mir eine Dropbox Business Account. Das heißt, dann habt ihr unbegrenzt, aber schriftwörtlich unbegrenzter Speicherplatz im Dropbox und ihr bekommt auch jeden Vorteil der Business Account. Das heißt, alle Verbindung ist verschlüsselt und ihr habt 120 Tage gelöschte Dateien zurückzugewinnen. Genau so habe ich meine verlorenen Dateien zurückgewinnen können, dass ich innerhalb der 120 Tagen war. Also, liebe Leute, das war der Video für heute. Wenn euch der Video gefallen hat, dann drückt den Like-Knopf, teilt diese Video mit eure Freunden damit, die auch über Internetsicherheit und Handysicherheit mehr Informationen bekommen und kommt zurück zum nächsten Mal, wo wir halt über Facebook sprechen werden im Rahmen dieser Serie oder es kommt eine neue Video in ein anderes Thema. Also, bleibt heil! Tschüss! 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 Vielen Dank.